Der junge Mann an der Elektro-Bitarre aus Schmellen, der Tobi. Gleich dahinter an diesem ganzen Berg aus Tiano, Hemmendorges, verschiedenen Synthesizers und so ein Zeug, aus Saalfeld unsere Keyboarderin, die Ines. Der junge Mann in den bunten Klamotten hier, der hat so ein bisschen Heimspiel, weil er ist ein gebürtiger Erzgebirgler, aus Auerbach. Das haben sich ein bisschen veralbert, oder? Das ist der Erbse, der Erbse am Bass. So, und dann haben wir da hinten noch diesen jungen Menschen, der die ganze Zeit noch auf irgendwelches Zeug eindrischt. Der jüngste in der Band, der kräftigste. Aus Leipzig, unser Schlagzeuger, der Alex. Ich bin der Vicky, ja, ähm, hat man schon. Und jetzt spielen wir ein Lied über die Mandy. Und Mandy ist ein Opfer der Brude. Mandy ist so hip, Mandy ist und brennt. Es gibt keine Mode, die Mandy verbrennt. Freitag ab, das gleiche Filme und der Geist ist schock. Wer die Mandy zur Disco nach Wiesel wacht. Mandy ist so cool, Mandy fühlt sich wirklich schön. Und die hat alle die Klamotten, die in ihrer Morro stehen. Mandy, oh Mandy, Mandy ist ein Opfer der Mode. Oh Mandy, Mandy ist ein Opfer der Mode. Mandy trägt heute Nagel frei, weil der Abend bestimmt wieder geil wird. Der Bauchnageltiersing ist voll die Show, die so entzündet und leicht verteilt hat. Doch am besten find ich diese Speckring, ja, sie schwebt zwischen Hose und Schürz. So ein reißlich blasses Zellolithe getröselt, dass sie ausziegen dort wird, aus siegen Käse. Oh Mandy, Mandy ist ein Opfer der Mode. Oh Mandy, Mandy ist ein Opfer der Mode. Die Reggie-Hosen im Hip-Hop-Style, drehen aus wie ein Geschiss. Der Gisch und Stammegger ist im Partei, bringt uns runter bis fast zu den Füßen. Ich sagte nicht, dass das kein Sex hier verhindert, aber irgendwie wird es voll körperbehindert. Und dass oben noch geheile Schlüpfer zu sehen ist, darin tut man nicht alles, damit man schön ist. Oh Mandy, Mandy ist ein Opfer der Mode. Oh Mandy, Mandy ist ein Opfer der Mode. Und alle Hände, denn es wurde mit Rücken und Geil, und ständig los zu am Weltplatz. Ein Hitschen auf dem einen legt, so ganz allein, was du holst auf, dass keiner auf dich draufkotzt. Oh Mandy, oh Mandy, oh Mandy.